Ich lüge! Wo bist du imstande? Und verbreitest das Gerücht, ich habe dir Geld im Haus versteckt. Nein! Es sind 25 Prozent. Das ist Buchraus. Das ist sehr wichtig, das habe ich auch gemacht. Weißt du, ihr sanftmütiges Wesen, ihre Sitzungkeitsung, hat mich dermaßen für sie eingenommen, dass ich beschlossen habe, sie zur Frau zu nehmen, wenn sie auch nur etwas mitbringt. Ohne Mitgift! Ohne Mitgift, freilich! Kann der Halsabscheider nicht mit den haarsträubenden Zinsen zufrieden sein? die er von mir verlangt? Er liebt das Geld mehr als guten Namen, Ehre und Tod. Man nimmt weg die Daumen. Wer handelt unnötiger, sagt selbst. Derjenige, der Geld kauft, weil er es nötig hat, oder der, der Geld stiegt, das er nicht brauchen kann? Ich bin doch in die Erde! Ich habe mich darauf eingelassen, heute Abend Gäste einzuladen. Ein wahres Weltrunde. Vater, er ist mir, bei mir schuld. Mir und nimmer. Ja, gut! Mein Geld. Mein Lobesgeld. Mein Lobesgeld.